Diese Ausgabe von PassOnAir dreht sich um eine Spezialform des Asset-Based Landings, genauer gesagt um das Thema Lagerbestandsfinanzierung. Gemeinsam mit meinem Gast Dirk Pietel von der Firma LaBest werde ich heute besprechen, was genau ist Lagerbestandsfinanzierung, warum es in Deutschland noch ein Nischenthema ist und welche Lösungsansätze bestehen und letztlich auch die Frage versuchen zu klären, warum das Thema auch eines für Logistiker sein kann. Herzlich Willkommen Herr Pietel. Vielen Dank. Mit der Reihe PassOnAir Banking möchten wir Sie zum einen ein Stück weit mit in die Zukunft von Banken und Finanzdienstleister nehmen und zum anderen interessante Themen und Bereiche des Bankings mit Gesprächspartnern weiter ausleuchten, um Sie zu inspirieren und gegebenenfalls gemeinsame Anknüpfpunkte zu identifizieren. Dementsprechend passt es gut, dass wir uns heute im PaaS Performance Center im Messeturm in Frankfurt am Main befinden und damit nicht nur im Herzen von Europa, wie es in der Vereinshymne von der Eintracht Frankfurt heißt, sondern auch gleichzeitig in der Herzkammer des Finanzplatzes Deutschlands. Mein Name ist Ole Barkmann. Innerhalb der PaaS Gruppe verantworte ich den Vertrieb Banking, wozu neben Banken und Spezialfinanzierern zum Beispiel auch Fintechs, Asset Manager und Bausparkassen zählen. Lieber Herr Pietel, bitte stellen Sie sich doch einmal kurz vor. Herr Barkmann, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf auf diesem herrlichen sozusagen Ambiente mit dem Blick, nicht nur in den Markt, sondern auch in die tolle Landschaft in Frankfurt. Ja, ich bin gelernter Bänker, habe viele, viele Jahre, über 30 Jahre im Aktiv-Passiv-Bereich der Banken gearbeitet, auch in Führungspositionen, glaube, dass ich sozusagen Bänker der alten Schule bin und hatte die Chance, 2015 unter anderem beim Setup der Solaris Bank in den Fintech-Bereich hineinzukommen. Und hier treffen natürlich zwei Welten zusammen. Einmal die traditionelle Welt, die heute natürlich auch konzeptionell genutzt wird. Und auf der anderen Seite die digitale Welt, die viele neue Dinge möglich macht. Und das ist die Basis, wie La Beste entstanden ist. Ich habe 2016 La Beste gegründet, um ein Kredit-Risikomonitoring-Thema, was relevant ist, im Markt zu lösen. Risikomonitoring im Bereich Lagerbestandsfinanzierung. Was kann man sich darunter genauer vorstellen? Also die Überschrift ist, dass wir quasi bestehende Lager- und Warenbestände finanzierbar machen und damit für den Unternehmer Liquiditätsreserven heben. Der Banker hat immer Probleme, sich entsprechend mit Sicherheiten in mobilen Bereichen entsprechend anzufreunden und die entsprechend zu bewerten. Er freut sich dann, wenn das Geld aus dem Verkaufs-Ausbankkonto geht und dann kriegt auf einmal das Lagergut wieder seinen Wert. Und genau dieses schwarze Loch, diese Lücke im Prozess, können wir entsprechend lösen. Können Sie uns da noch ein bisschen weitere Einblicke geben? Weil das Problem, was Sie eben angesprochen haben, dieses schwarze Loch, das ist ja kein neues. Wo setzt La Beste an? Was macht La Beste im Rahmen der Digitalisierung? Wo können Sie ansetzen? Also wir setzen da an, wo eigentlich die Logistik in Ihrer Digitalisierung schon seit Jahren ist. Das heißt, wenn Sie sich heute eine effektive Logistik angucken, dann ist die ja hauptsächlich digitalisiert. Da wird nicht mehr mit einer Handklatte sozusagen Waren- und Ausgang entsprechend gemessen, sondern das funktioniert über Scan-Codes und ähnliches. Wenn Sie eindeutige Artikel haben, was Sie in der Regel haben im Lagerbestand und das nicht nur aus dem Handel, sondern auch im Commodity-Bereich, dann können Sie diese Artikel im Markt tatsächlich gegen aktuelle Marktpreise auf Tagesbasis verproben. Die Quellen dazu sind im Internet und auch in anderen Marktplätzen, wie zum Beispiel in Stahl- oder Metallbörsen, wo man auch im Industriebereich das entsprechend ansetzen kann. Und genau dieses Know-how aus der Digitalisierung der Mengengerüste aus der Logistik, aber auch letztendlich die Marktpreisverprobung auf Tagesbasis nutzen wir, um daraus mit einer Risikomatrix die entsprechenden Informationen interaktiv für Finanzierer und Versicherungen zur Verfügung zu stellen. Sie haben eben gesagt, Herr Piete, dass Sie sich schon länger mit dem Thema Digitalisierung, wie wir ja alle, beschäftigen. Die Frage ist, ist das Thema Digitalisierung und Lagerbestandsfinanzierung etwas, was in den letzten Jahren in Ihnen gewachsen ist? Oder gab es einen Auslöse-Moment, wo Sie gesagt haben, Mensch, das ist jetzt das Problem, mit dem muss ich mich tatsächlich beschäftigen? Na, der Auslöser ist unter anderem, wenn man sich mal über die Grenzen hinaus mit dem Thema beschäftigt, dann stellt man fest, dass in anderen Märkten in Europa, in unserer direkten Nachbarschaft, das Thema kulturell ganz anders verankert ist. Und dann fragt man sich natürlich, warum ist das so? Natürlich sind Benelux zum Beispiel, aber auch die Engländer sehr, sehr mehr dem Trade-Finance-Thema verhaftet als solches, als wir das vielleicht noch aus Deutschland historisch kennen. Aber die Akzeptanz letztendlich zu sagen, dass ja Warenbestände, Güter jeglicher Art auch Werte abbilden, ist etwas, was mich sozusagen getrieben hat zu sagen, es muss doch möglich sein, das auch unter regulatorischen Gesichtspunkten so transparent darzustellen, dass es eben genau diese Akzeptanz hier gibt, ohne dass man hier manuell tätig werden muss, weil das hat keinen Wert. Und es gibt in Frankreich zum Beispiel ein riesengroßes Unternehmen, die sind seit 60 Jahren in dem Thema Garantiestellung für Warenbestände unterwegs und zwar analog. Und da sieht man einfach, es schreit förmlich nach einer Lösung hier auch für den deutschen Markt, aber auch insbesondere für den europäischen Markt im Digitalisierungssinne. Das heißt, wir in Deutschland hinken dort ein wenig dem internationalen, aber auch dem europäischen Vergleich hinterher. Bedeutet doch dann aber auch, rein regulatorisch gesprochen, steht dem nichts im Wege, weil es dann ja, Benelux hatten Sie angesprochen oder auch Frankreich, dort ja auch gilt. Das ist absolut so. Natürlich sind die regulatorischen Bedingungen noch nicht vollkommen EU-synchronisiert und durch den Brexit haben wir natürlich in England auch nochmal andere Verhältnisse, aber Sie haben vollkommen recht. Es steht dem regulatorisch nichts im Wege. Wenn man das entsprechend nutzt und wenn man das auch entsprechend so aufzieht, glaube ich, könnte man auch einige Schmerzen in Richtung der Regulierung entsprechend lösen und damit sozusagen im Bestandsgeschäft im Sinne von Risikobetrachtung und einer 360-Grad-Betrachtung einer Unternehmensfinanzierung, aber insbesondere im Neugeschäft, weil der Markt da draußen hat entsprechend Bedarf. Auch gerade im E-Commerce-Bereich gibt es da eine Riesenklemme im Augenblick und dort kann man auch in Deutschland Lösungen schaffen. Das heißt, wenn man jetzt mal guckt, welche Märkte Sie ansprechen, also welche Kundensegmente, sind das die Banken, sind das die Händler oder auch noch andere? Also der wirkliche Nutznießer ist der Unternehmer selbst, weil letztendlich bekommt der aus seiner Einkaufsfinanzierung sozusagen weiteres Liquiditätspotenzial zur Nutzung und dann natürlich auch die Banken. Aber ganz ehrlich, Herr Barkmann, der Trend im Augenblick und die Nachfrage ist sehr viel stärker im Non-Banking-Bereich, das heißt also Debt-Fonds insbesondere und nicht nur aus UK und anderen Ländern, sondern auch aus Deutschland, sind sehr viel offener für diese Asset-basierten Finanzierung. Und das liegt nicht nur daran, dass diese Debt-Bereiche nicht kompletter Regulierung unterliegen. Dort guckt man auch auf Risiken, aber hier hat man einfach verstanden, wie man Risiken sozusagen messbar und damit auch einpreisbar und damit auch handelbar macht. Mir ist letztens eine Studie in die Hände gefallen von EY, wo es um Kreditmärkte ging, Ausblicke, wo werden Bedarfe sein. Und dort wurden drei Branchen, möchte ich einmal nennen. Eine liegt natürlich auf der Hand, das ist auf der einen Seite die Energiebranche, die natürlich im Sinne der Energiewende unglaublichen Finanzierungsbedarf hat. Der andere Bereich ist der Handel, der auch, den Sie ja auch ansprechen mit Ihren Lösungen. Ein dritter Bereich, das hatte mich erst mal ein bisschen überrascht, gibt es aber vielleicht auch ein Konnex zu, das ist der Bereich Mobilität und hinter Mobilität, wenn man jetzt mal von dem Thema Autobranche weggeht, ist ja auch Logistik. Gibt es dort Berührungspunkte? Wir als Paar sind ja nicht nur im Banking, sondern auch im Logistik unterwegs, haben eine Reihe von Logistikkunden. Haben wir hier vielleicht nicht nur das gleiche Problem im Sinne von Kapitalbeschaffung, sondern vielleicht auch Lösungsmöglichkeiten, Synergien? Also das ist gut, dass Sie das ansprechen und da sind Sie mit Paar nämlich genau in der Banking- und Logistik-Lösungssituation eigentlich genau auf dem richtigen Weg. Man mag es gar nicht glauben, aber dieses Dreieck zwischen Handel, Logistik und Finanzierung und dann auch Non-Bank-Finanzierung als solches ist der perfekte Match für einen geschlossenen Finanzierungskreislauf. Warum? Weil die Logistik heute nicht nur durch ihre Digitalisierung, die weitaus fortgeschrittener ist als in Finanzbereichen, hier als Treuhänder fungiert. Und zwar durch die Warenlagerung und durch die Waren quasi durch das Waren-Tracking im Rahmen der ERP-Systeme der Logistik ist das ein idealer Partner für uns, aber vor allen Dingen für den Finanzierer. Und der Handel braucht die Logistik sowieso, weil er möchte natürlich schnell sein Fulfillment entsprechend ableisten können und das kostengünstig und natürlich auch übersichtlich, um zu wissen, wo stehe ich eigentlich jeden Tag. Das heißt, dieses Dreieck, was Sie dann auch sozusagen auf der Seite der Bank und Logistik bedienen, ist perfekt für eine Warenfinanzierung, wird bloß leider, Herr Backmann, noch nicht in dem Maße genutzt, wie es vielleicht möglich ist. Das heißt, es gibt hier einen gewissen synergetischen Bedarf auf der einen Seite und darum geht es ja bei der Digitalisierung nicht nur, die Prozesse zu automatisieren und nicht mehr den Azubi ins Lager zu schicken mit einer Klatte, sondern es geht hier tatsächlich um neue Prozesse, um neue Produkte, die geschaffen werden können in diesem Dreieck, wo auch der Logistiker durchaus daran partizipieren kann, wenn er in so eine Treuhänderrolle hineingeht. Genau, so ist das. Und da liegt ein unendliches Potenzial, wenn Sie mit Logistikern sprechen, dann sind die auch genauso begeistert von dieser Idee. Denn interessanterweise wird heutige Logistik auch im Verwertungsfalle oft genutzt von Finanzierungsinstituten. Und natürlich will Logistiker auch gerne im Verwertungsfalle unterstützen, das heißt Marktplatzierung, Aufbewahrung und ähnliches entsprechend wahrnehmen. Aber viele Logistiker sagen auch, warum werden wir nicht früher mit eingebunden in diese Situation? Das gilt übrigens auch bei Leasinggesellschaften, um nicht erst sozusagen, wenn sozusagen das Kind in Brunnen gefallen ist und das Unternehmen insolvent ist, hier schon von vornherein mit bei der transparenten Gestaltung und bei der Sichtbarkeit von Risiken und Entwicklung das Ganze abzubilden. Die Lagerbestandsfinanzierung als sozusagen Spezialform des Asset-Based Landings, Sie hatten es eben schon gesagt, ist in angelsächsischen Ländern, auch im europäischen Ausland durchaus verbreiteter. Gibt es eine These von Ihnen, warum das so ist? Warum sich Banken in Deutschland, vielleicht auch Non-Banks, Spezialfinanzierer, noch schwerer tun? Naja, sagen wir mal so, ich glaube, es gibt schon leichte regulatorische Unterschiede. Das wird oft auch von deutschen Instituten in den Vordergrund gestellt und gesagt, ja, aber die Regulatorik lässt uns ja keine Möglichkeiten. Das ist nicht ganz wahr, weil natürlich auch die anderen Länder Restriktionen als solches haben. Es gibt in dem Verwertungsrecht gegenüber dem Unternehmer als solches Unterschiede, aber die sind nicht so prägnant, dass man sagen kann, man kann das hier machen und hier nicht machen. Wie ich schon anfangs sagte, das ist ein kulturelles Thema. Das heißt, das Verständnis für Warenströme und ähnliche Themen ist anders dort verankert, traditionell, möglicherweise auch aus dem traditionellen Trade-Finance-Bereich und auch nicht digitalisiert, wie ein großes Unternehmen in Frankreich, wie gesagt, was seit über 50 Jahren dort tätig ist und dort Garantiestellung für Banken aus Warenlägern macht, auch für die Food-Industrie. Frankreich ist ein Weinland. 30% der Warenbestände dieser Weingüter werden über dieses Unternehmen entsprechend fünfmal im Jahr getrackt. Das sind Themen, die kennen wir so in Deutschland nicht. Die werden aber von allen Banken dort als Standard-Definition im Prozess anerkannt. Das heißt, ich glaube schon, dass wir eine gute Chance haben, hier auch weiterzukommen in Deutschland. Aber die traurige Nachricht ist, das wird wahrscheinlich im Schwerpunkt außerhalb des Bankenmarktes stattfinden, sondern eher von Deppfonds als solches, die sowohl aus dem Angelsächsischen kommen und eben nicht nur aus Deutschland kommen, die hier das Thema vorantreiben. Wir sind ja schon ein bisschen beim Ausblick und wo das Thema sich aus der Nische ein bisschen herausbewegen kann in Deutschland. Wenn wir jetzt über Banken, Händler, Logistiker hatten wir angesprochen, sehen Sie noch andere Bereiche, wo es auch, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiterdenken, vielleicht zehn, 15 Jahre weiter, wo am Horizont auch Probleme auftauchen, die in ähnlicher Weise gelöst werden können? Naja, was wir heute feststellen, wir werden immer mehr in das Thema M&A-Transaktionen einbezogen, gerade wenn Handelsketten oder andere große Bereiche, auch im Produktionsbereich, Unternehmen übernehmen. Dann stellen wir fest, auf der einen Seite ist die Immobilie natürlich immer einer der wesentlichen Finanzierungssicherungsbausteine, die Banken natürlich einschätzen können und auch entsprechend bewerten können. Aber wir haben meistens auch die Übernahme von entsprechenden Handelsbeständen, also von Warenbeständen, die ja der Übernehmer auch weiter in dem Markt etablieren will, verkaufen will und und und. Und auch da kann es ein wesentlicher Bestandteil zu sagen, das eine ist der Plan, wie der Käufer sozusagen im Rahmen seiner Gruppe das distributieren möchte. Oft aus dem Cashflow gar nicht bezahlen kann, weil das ja ein neues Thema ist als solches und daraus dann auch entsprechende Finanzierung abbilden, die man über eine Laufzeit von 1, 2, 3, 4 Jahren entsprechend betrachten kann und zwar ganz transparent und auch bewerten kann im Sinne der bereitgestellten Kaufpreissumme oder Kaufpreislinie, die die Bank dann mit als Transaktion finanziert. Sie hatten das Thema M&A angesprochen. Solche Transaktionen passieren ja manchmal relativ schnell. Klar gibt es ja Due Diligence Phasen etc. Aber dazu gehört ja auch, dann relativ schnell zu dem Wert des Lagerbestandes zu kommen. Wie schnell funktioniert das? Und ich hatte es verstanden, es gibt dann Marktpreise, also Real-Time-Marktpreise? Ja, Sie haben in der Regel ja immer eine Bewertung des Lagers nach Einkaufspreisen. Also ein Unternehmen, was sein eigenes Lager nicht nach Einkaufspreisen bewerten kann, das sollte man eigentlich gar nicht anfassen, weil da haben wir schon irgendwo anders ein Problem. Und was Sie dagegen natürlich halten müssen, auch in der Gesamtbewertung, ist der Marktpreis. Weil was nutzt mir der Einkaufspreis? Ich muss wissen, was ist denn der wirkliche Marktwert? Und das klingt immer ein bisschen, ich sage mal, überzogen, aber wir sind in der Lage, unabhängig von Mengengerüsten, innerhalb von 48 Stunden Marktpreis zu entsprechend evaluieren und zur Verfügung zu stellen. Das heißt, auch ein Teil dessen in der Kreditentscheidung zu sein, was ganz, ganz wichtig ist. Weil was nutzt mir das fortlaufende Monitoring, wenn ich im Einstieg meines Kreditexposure nicht weiß, wo ich da eigentlich einsteige und wo die Bewertung liegt? Das ist interessant, weil ja damit tatsächlich Schnelligkeit, Digitalisierung und neue Prozesse gewonnen werden. Herr Pieter, wir haben eben über das Thema M&A, also Transaktionen gesprochen, von Firmenübernahmen. Wie sieht es am anderen Ende sozusagen aus? Also bevor eine Übernahme passiert, muss ja auch erstmal eine Unternehmung gegründet werden, das heißt Startups. Sind die eigentlich auch bei Ihnen im Zielfokus als Kunden? Ich kann mir vorstellen, dass die es auch schwer haben. Wir haben ja auch in unserem Kundenportfolio Bürgschaftsbanken, die gerade auch bei der Gründung von Unternehmen unterstützen, dort, wo eine klassische Geschäftsbank sich schwer in der Kreditvergabe tut. Ist da Labest auch ein Mittel der Wahl? Hilft es dabei? Das ist gut, dass Sie es ansprechen, weil das darf man gar nicht sozusagen so unterm Scheffel lassen. Ja, natürlich auch. Und zwar immer dann, wenn das Unternehmen die Marktfähigkeit der Produkte in seinen ersten Ansätzen bewiesen hat. Und diese Güter als solches, wie bei jeder anderen Bestandsfinanzierung, auch eben entsprechend nachvollziehbar bepreist werden können und Marktpreisthemen haben. Das funktioniert und nicht nur im Zusammenhang der Bürgschaftsbank, sondern auch bei klassischen Finanzierern oder insbesondere bei sogenannten VCs, die quasi Kapital zum Wachstum des Unternehmens reinstecken, aber in der Regel nicht den Warenbestand damit finanzieren wollen, sondern insbesondere den Aufbau, den organisatorischen Aufbau, Marktzugänge damit finanzieren wollen. Und auch da haben wir schon mit konkreten Unternehmen hier Hilfestellung leisten können, um in der Phase letztendlich die Markteinführung zu bringen. Ein wesentlicher Punkt, wenn Sie schon gerade von sozusagen der einen und der anderen Seite sprechen, ist auch der Einsatz bei Restrukturierung von Finanzierung. Weil was passiert, wenn ein Unternehmen sozusagen durch Auftragssituationen, ökonomische Bedingungen entsprechend Probleme hat in der Liquidität, auf der anderen Seite sich aber restrukturieren möchte. Das kostet oft auch Geld, auch in der Digitalisierung. Und auch dort wird das Thema Asset-Based Lending sowohl auf Maschinenparks, aber insbesondere auch auf Warenbestände, sofern sie bewertbar sind, entsprechend eingesetzt, um damit eine restrukturierte Finanzierung oft im Zusammenspiel zwischen Banken und Deppfonds, weil Deppfonds ein bisschen risikobereiter sind, hier zu bereitzustehen, um den Unternehmen dann ausreichend Liquidität für die Zukunft in der Restrukturierung zu sichern. Herr Peter, wir hatten eben über die Funktionsweise von Labest gesprochen. Sie haben uns, um das ein bisschen plastischer zu machen, dankenswerterweise eine Grafik mitgebracht. Könnten Sie uns die kurz erläutern? Sehr gerne, Herr Backmann. Wir haben auf der einen Seite in der Labest-Situation alle beteiligten Partner angebunden. Das heißt, wir haben auf der einen Seite den Händler und oder seinen Logistiker. Wir haben natürlich den Finanzierer auf der anderen Seite, der diese Informationen ja täglich interaktiv sehen will. Und wir haben entsprechend die passenden Marktplätze, je nachdem, über welche Güter wir hier in dem Bereich sprechen. Wir nehmen die Daten eins zu eins. Die werden täglich entsprechend eingespielt als Echtdaten und werden dann über die Risikomatrix, die der Finanzierer selber entsprechend einstellen und customisen kann, je nach Risikoappetit und je nach dem Level, was er entsprechend sehen möchte, hier entsprechend nutzen. Das Ganze mündet dann in einer, an einem Dashboard, in einem Cockpit als solches, wo sowohl die Kreditdaten als auch die Lagerbestandsveränderung, aber auch die sogenannten Alerts, das heißt die Events, die vorher definiert worden sind, falls die eintreten, wie zum Beispiel Daten sind nicht geliefert worden, Marktpreise haben sich nach oben oder unten entsprechend verändert, sichtbar sind, sodass dann der Nutzer, der in der Regel der Finanzierer, hier täglich die Daten im Detail abfragen kann und zwar bis auf Artikelebene. Sie sprachen davon, dass es ein Dashboard ist für die Finanzierer, aber auch für den Händler selber. Werden beide dieses Dashboard nutzen, um die Informationen dort für sich zu verwerten? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn natürlich steht dann auch über das Benutzerkonzept diese Information eins zu eins dem Händler zur Verfügung und wir empfehlen eigentlich den Finanzierern, das genauso zu synchronisieren, denn für den Händler gibt es hier auch Mehrwerte in der Information, die er so in seinen Systemen nicht sieht. Unabhängig davon kriegt er zusätzlich noch Marktpreise, die er hoffentlich auch selber hat, aber auf der anderen Seite hier auch nochmal täglich sozusagen als Abfallprodukt mitgeliefert und er sieht die Verhältnismäßigkeit seiner Finanzierung zu Lagerbeständen und damit entsteht auch eine hohe Transparenz zwischen Kunde und Finanzierer, was die Händler ganz ehrlich mögen, weil endlich sozusagen sich mit ihrer Materie im Detail beschäftigt wird. Sind auch historische Daten Teil der Lösung? Absolut, wir haben ja umfangreiche Reporting-Funktionen, die auch die Möglichkeit schaffen zu sagen, was ist dann eigentlich rückwirkend, in welchen Bereichen passiert. Sie können hier Klumpenrisiken identifizieren, um zu sehen, okay, welche Artikel laufen gut, welche laufen schlecht. Das ist kein Geheimnis, dass bei 5000 Artikeln vielleicht nur 20% die echten täglichen Umsatzträger sind und die restlichen etwas zähe sind. Das schafft dem Finanzierer auch die Möglichkeit, im Zweifelsfall ein bisschen nachzujustieren in dem sogenannten Loan-to-Value, also in dem Beleihungswert und damit letztendlich immer eine fortlaufende, transparente Situation bekommen, die man auch nach vorne letztendlich in die Planung mit einbeziehen kann. Ich glaube, wir haben sehr interessante Einblicke heute von Ihnen erhalten in diesen doch nischigen Bereich der Lagerbestandsfinanzierung. Erstmal vielen Dank, Herr Piete. Dankeschön. Wir hoffen, dass Ihnen die erste Folge unserer Reihe Pass on Air Banking gefallen hat. Für weitere Informationen rund um unsere Produkte für die Bankendigitalisierung besuchen Sie gerne unsere Homepage. Den Link finden Sie hier eingeblendet. Von dort gelangen Sie auch auf unseren PaaS Finance IT Blog und zum PaaS Podcast mit weiteren spannenden Themen aus der Welt der Finanzen. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben und ich freue mich auf das nächste Mal.